Herzlich Willkommen zu Comedy Meets Gaming hiermit du nehmt mich jetzt so und Imas Tyrania sind letztens hier stehen geblieben und es ist ein wenig was wollten wir hier machen noch mal ähm die Quest Verlenden der verbrannte Rester ach so ah genau mit nur schönes in den Perfekt oh ich hab Kontaktlinser an ich kann ich kann nicht so perfekt lesen ich muss mich dran gewöhnen Alter ich hab neue Kondantlinsen Hilfe wo läufst du hin komm zurück ach so ja sorry dann ist nach oben nach oben wieso was gibt's denn da so ja wir müssen diesen verletzten okay dann töten wir ihn mal ich glaub die Leute hören sogar ein Echo bei dir weil äh ja ich höre ein Echo ach so verstehe nicht ich auch nicht mach einfach weiter brauch ja nicht jeder zu verstehen ne oh oh fuck hier sind zwei Hilfe Pech gehabt ja Pech gehabt ihr gebt ja den Pech gehabt ey ist das dieser Fall in der ja ja was ist das für einer äh ist der eklig der sieht ja aus wie Gollum das sieht aus wie deine Mutter ich glaub ich glaub ich hab dir den Kopf weggeklaut Kai-san ne wie ne ja alle erhalten ihn in der Gruppe ach sooo ey warum ist der der ist ja ganz ruhig sicher ich brauche ein Ziel ach so geil ich kann nicht mehr davon tragen kommst du kurz mit mal gucken ob die Schriftrolle diesmal da ist ich glaub ich hab das wow 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 fiel mich warte fiel 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 er hat mir will gelegt auch geil ich kann die Quest, ich kann die Quest, ich kann die Quest nimm da mach, beeil dich, schneller, schneller so, ich hab, oh Leute, ja, geil ich hab die Quest oh, da ist ein Baum, ja, geh mal schnell abgeben wir sind mal los, ne? ich hoffe ich komm jetzt nicht Level 6 und du weil ich hab ja heute, äh, offline stream halt, äh, mich auf Level 5 gebracht Cheater ja, Cheater, ich hab Bäume umgebracht ich hab Bäume gefällt Cheater, Cheater da kann man Quest abgeben wo denn, ah, bei denen ja, aber lass mal auch bei, äh, zu der anderen Tussi da, da musst du doch auch noch eine Quest abgeben ja, aber erstmal den, weil da kriegen wir ja schöne Sachen schöne Sachen kriegen wir da ah, ein Schild, du ein Bogen weiter ah, ein Bogen, ah, schön, ein Bogen was passiert eigentlich, wenn ich einen höheren Bogen hab als mein Anriss? ist halt die Angriffe, äh, stärker, ja, ne? ja ja, klar nice sieht auch besser, sieht auch anders aus? ja, kommt drauf an, die meisten schon ok Alter, sieht ja mal richtig geil aus mit den Dings aufm Rücken mit was aufm Rücken mit deinem Schild ja, sieht aus wie so holländischer Käse ah, da kann man ab, ach so, ja wohin läufst du? ja, da kann ich noch eine Quest abgeben und wieso kannst du das und ich nicht? weil du stinkst, hm? ja, deswegen kann es auch sein, ja äh, ich geh mal hier hoch und geh mal die eine Quest ab was wir bekommen haben mit nennt euer Anliegen mach das, mach das solange ich es habe, so äh, soll ich Handschuhe nehmen? das Brunnen, Stoff oder lieber Leder? Korden das, äh, Sonnturm ja, Leder, ne? ok der Tag der Abrechnung wird kommen mal kurz MSN war mal wieder klar so dann geh ich mal schnell die Sachen verkaufen, die ich da hab die überflüssigen da ah, me too, me too ich habe einzigartige Waren ich habe einzigartige Waren, die will ich aber gar nicht haben dumme Schlampe oh na, na, na sowas darf er ja nicht sagen keine bösen Wörter die ewige Sonne wird uns leiten ey, wir haben da grad erst angefangen, Mann mach doch das so die gerechtigkeit wird uns leiten ah, da wird einer ne Quest hier oben ja, dann nimm Halle an soll ich, boh, hast du die schon? ja, denke ich, Mann 2703 hab ich Pfeile, reicht eigentlich, ne? bis in die nächste Stadt ja ja, so oft würde ich die auch nicht benutzen weil wir ja zusammen sind oh wir sind zusammen wir sind zusammen komm, lauf ja, jetzt müssen wir die Quest machen der Schrein von der Schrein von der 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 wer schreit nach der 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 ja, das ist so ein Schrein oder so Schrein von bla 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 ja, ich mach schon mal gar nichts ich folg dir einfach ihr folgt Tony Shiso ja, aber war wieder ja, ich dachte schon, du würdest mich abhängen, ey ach so, ne, ne ich doch nicht nein, du, überhaupt nicht aber sowas würdest du nie machen, nee, du nö, ne, ich nicht, nein was denk ich denn dafür bin ich zu anständig so ne Sache, ne ich hab schon gesehen, ne Abonnenten, neun Stück das werden jeden Tag immer mehr saugeil eigentlich, oder? schon, schon für die ersten zwei Tage, da ja, ich find's eigentlich nicht schlecht na, passt optimal so, du hörst gegen ne Mauer, Kollege ja, einfach gegen die Tafel da hier drücken und da? ja, dann hast du's gelesen und dann einfach wieder zurücklaufen ach, du hörst das so auch ach so, dann aber ich bin nur zu Ruhestand kein Bock mehr zu laufen ach, Ruhestand wozu ist Ruhestand da? äh, Ruhestand ja, da teleportier dich dann zum Gastwirt ach so gesagt, da wo wir beim Gastwirt da gespeichert haben, so wie so ein Lade Punkt da ah, nice ah, das ist ja, wie so ein Teleporter halt mäßig aber wir teleportieren uns natürlich nicht immer nur halt bei Sachen, die man wo wir eigentlich die die Wege schon kennen halt Rückwege da teleportieren wir uns und ich lag ja bei anderen Wegen laufen man kann das bloß alle 15 äh, alle 30 Minuten benutzen ja, immerhin also heißt es einmal in einem Part die finsteren Zeiten werden vorübergehen ja, denke ich ja, denke ich oh, es lag, es lag, es lag warum lags? ich werde bestimmt wieder angeschrieben ins Geld jetzt? was soll ich jetzt machen? ja, du lagst übelst okay ähm, jetzt müssen wir Unterstützung für die Kundschafter das heißt ab zum Falkenplatz ja, aber die Quests habe ich gar nicht ich habe gar keine Quests mehr ich habe also Quests null ja, was soll ich jetzt machen? keine aktiven Quests ähm, ja gute Frage kann nicht der Typ dir da vorne noch einen geben? ah, ja, ja kann er wie viele Minuten schon? ach, nice gleich mal ja, wir haben ja noch Zeit so äh, ich spreche mit den Kundschaftern Allarianz nahe der Brücke in den Süden der Insel das halt, was du auch hast ne? Unterstützung für die Kundenschaft ja ok, dann gehen wir mal zu den Kundschaften mal gucken, was sie haben wollen von uns das sind keine Kundschaft ach so sondern Kundschafterin Kundschafterin ach, das sind ja, sie erkunden ach so ach so jetzt habe ich das verstanden Kundschaft, Kundschaft ich will Geld kauf bei uns ein Holz 4 ein paar warme Socken 1,50 ein paar warme Socken ey, bist auch so ein paar warme Socken springen wo sind denn die Kunden? kommt gleich äh, schon ein bisschen laggy, wa? bei mir bei dir ja bei mir nein ja, weil ich offen das ist das Problem das Geile ist am 1.4 ja, am 1.5 kommt mein neuer äh Rechner mein neuer Gamer Rechner und da geht's alles richtig los ey a nuve l'ore a nuve l'ore d'ala muchas gracias Collegos Neuquest geht nach von den getriebenen getötet boah wir nicht, aber die anderen ja ja geht nach Süden zu den Ruinen von Silbermond und haltet nach der getöteten Kundschafterin beim danner Weg ausschauen da liegt sie ja warum liegt sie da ey ey und sie tut Ey, wach auf! Ey! 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 Ey, bist du da? Ey! Schlag sie halt, oder? Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Ah, hm, 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 hm. Achso. Ja. Die will nicht länger. Ich schliebe in der Morgen, ich schliebe in der Nacht, ich schliebe in der Nacht, ich schliebe auf meinem Hecht. Okay, kein Englisch. Aber sehr, du bist Level 6 oder so. Ich weiß. Das klingt auch cool. Du auch. Cheater. Ach, man. Mitläufer. Ja, Arschloch. Mitläufer. So, jetzt müssen wir zum Gastwirtin de la Du. Du, ich hab mal bei so'n Let's Player, du musst mir mal was sagen. Was verraten. Ja. Was sagen richtig. Also, ich hab so'n Let's Player gesehen auf YouTube, der hatte ein ganz anderes Bild. Halt, ähm, das untere sah ganz anders aus als bei uns jetzt. Bei uns sind die halt, das ist halt das normale World of Warcraft Teil, wo die Skills drin sind und so. Und so'n Typ hatte das ganz anders. Ja. Kann man das ändern oder so? Ja, mit Add-Ons. Ach, durch Add-Ons kann man die Designs ändern und so. Ja, mit Add-Ons kannst du halt spezielle Sachen machen. Achso. Zum Beispiel, wenn du auf eine Tasche drauf drückst, sind gleich alle Taschen geöffnet. Ah. In einem Register und... Ja. Und noch mehr Sachen. Hast du gesagt? So wie so'n schwuler Hack. Ja, Hack kann man nicht sagen. Ja, aber in der Art. Warum leck ich denn hier? Add-Ons sind halt Add-Ons. Ganz einfach. Ja, aber man kann viele Sachen machen, die man nicht machen kann. Ja, aber die sind halt auch erlaubt, ne? Ja, ja. Die können ja erlernen. Echt? Ja. Wo ist mein Lehrer? Hier drin. Der mit der Axt, ne? Nee, das Mädel. Warum kriege ich immer die Mädels? Aha, süße. Es ist ein Mittel überhaupt, ja. Ja. Die Gerechtigkeit wird aufsiegen. Da drin können wir dann ein Quest abgeben. Mal des Jägers, was heißt das? Was kann ich da machen? Überleg dann das Ziel mit dem Mal des Jägers erhöht. Okay. Ah, okay, okay, okay. Weltweise. Für den Sonnenbrot. Cool, achso. Ja, ich mach hier gleich mal zum... Ich möchte dieses Gasthaus zu meinem Heimatort machen. Zeit ist Gold. Warte, wie viele Minuten haben wir noch? Also noch ein paar Sekunden. Oh, 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 oh. Oh, ich häng hier fest. Ich häng hier fest! So. Verstehe. Ja. Ich glaub wir machen hier dann mal wieder... Ja, Leute, dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Das war Imas Tyrant und... Jo. Ja, bei Kompi Meets Gaming. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye.